hallo und herzlich willkommen bei Welt-Doc-Camville. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich Asurlan. Asurlan denke ich mal, dass es so ausgesprochen wird. Keine Ahnung, ich habe es mir gerade wieder runtergeladen, weil ich musste es ja letztens auch wieder runterschmeißen und da mal schauen, ob das klappt. Ich denke mal, ich mache einen kleinen Cut hier oder geht es sofort weiter. Ich glaube, da kommen immer ganz viele Updates, die ich noch runterladen muss. Ich mache mal einen kleinen Cut. Hab das Spiel schon geschafft, Hurra! Aber ich warte noch ein bisschen und dann zeige ich euch das Spiel. So, ich habe das Spiel jetzt einmal auf Starten gedrückt. Oder zweimal auf Starten gedrückt. Jetzt bin ich hier und es ist nicht mein aktueller Stand, es ist der alte Stand. Jetzt gibt es immer alles hier. Okay. Bis zum nächsten Mal. Juhuul! Ah, ich mach mal die Tastatur an, wo ist es, da ist es, zwei, ok. Okay. Skip it. Okay. 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 Na gut, machen wir direkt den Angriff, was anderes bleibt mir ja auch nicht übrig. So und so läuft das Spiel ab. Hmm. So. 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 So, und da ist der letzte Kampf und dann ist es vorbei. Aus und vorbei. Wie, das war schon? Wie viele Sekunden waren das? Da hat das lange ja länger gedauert wie der Kampf. Ach, der Kampf war noch nicht ganz vorbei. Nichts. Finietsch. Es geht auch noch weiter. Die war schon kaputt, bevor die Bombe vom Flugzeug kam. So, neun Charakter aber. Schöne Handtasche. Da ist noch ein Punkt. Da. Die verknüpfen mit Facebook? Ah, geht nicht. Bestimmt, weil er schon mit meinem anderen Account verknüpft ist. Geh ich mal von aus. Akademie. Was kann man hier machen? So. Ich sag mal, das war's nun für heute. Nö, hast du allein? Noch schnell die Sachen abholen. Gut, 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 gut. Alles fertig. So, dann sag ich erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Jetzt tue ich mir noch schnell mein Ticket ab. Und dann sag mal, bis dahin viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.